Herzlich willkommen, YouTube-Show-Yoka redet heute über Missbrauch, Sexismus und wir wissen ja, wie das bei ihr aussieht. Das haben wir ja bei der Skiris-Geschichte und mit der Gamescom mitbekommen, wo sie so zahlreiche Beweise auf jeden Fall uns geliefert hat. Und ja, da gucken wir mal rein und belustigen uns ein wenig und ja, folgt mir, let's go! Das geht schon so überdramatisch los. In diesem Film werden sexuelle Belästigung, sexualisierte Gewalt und Revenge-Porn geschildert. Die Schilderungen sollen die Situation der Betroffenen sichtbar machen. Ich hoffe, jetzt kommen auch diesmal wirklich, also das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich hoffe, es kommen wirklich Dinge, über die man sich wirklich aufregen und echauffieren kann, wie zum Beispiel, also wirkliche sexuelle Belästigung. Wenn sie jetzt wieder mit so einer Screw-House-Geschichte um die Ecke kommt, so gefühlt halb gelogen, dann wäre das echt enttäuschend, wenn sie so einen Beitrag gemacht hat. Dann würden sie mal wieder alle Leute, denen das wirklich passiert ist, ein bisschen durch den Kakao ziehen. Aber gut, gucken wir erstmal. Ich glaube nicht, dass die Gaming-Szene für irgendwen ein sicherer Ort ist. Weder für Frauen, noch für Männer, noch für irgendwen anders. Also, die Gaming-Szene ist unfassbar. Super gefährlich. Da haben wir es wieder. Ein super schwieriger Ort ist die Gaming-Szene. Du kannst eigentlich nicht dich an deinem Desktop setzen und eine Runde spielen, ohne dass du die Gefahr haben musst, dass dir irgendwas passiert. Also, das ist super gefährlich. Und dann diese dramatische Musik im Hintergrund. Super gefährlich, die Szene. Was ist mit Toxik. Die bösen Gamer. Den Sexismus, den wir in der Gaming-Szene erleben, das ist ja kein reines Gaming-Szenen-Phänomen. Sondern das ist ja einfach nur ein Spiegel unserer Gesellschaft. Also, man kann ja darüber reden. Das ist ja gar kein Problem. Aber warum müssen die diese dramatischen Kamerafahrten machen? Bei Shoyoka. Warum? Bei Shoyoka. Jede andere Person gerne, aber um Shoyoka sich rumkreisen mit melancholischer Musik und dramatischer Musik. Das fühlt sich nicht richtig an in meinen Augen. Willkommen bei Pia und dem Aufs-Maul-Krieg-Simulator. Was ihr bei mir sehen werdet, ist professionelles Sterben. Ich werde euch in den nächsten Streams, Stunden, was auch immer, zeigen, wie man unfassbar schlecht in einem Spiel ist. Als Shoyoka ist Pia Scholz seit neun Jahren für hunderttausende von Zuschauenden auf der Plattform Twitch. Sie gehört zu den größten Streamerinnen. Für hunderttausende. Wir schauen ihr ja gar nicht zu. Oder meint sie, so viele Follower hat sie? In Deutschland. Oh mein Gott! Ich mach Livestreaming. Mir schauen Menschen beim Computerspiele-Spielen zu. Trau dich! Du hast ja doch, du traust dich ja doch nicht. Na komm, na komm zu mir. Du hast das gruselige Pferd. Oh. Und ich... Guck mal dieses cutee Lachen. Die haben es tatsächlich geschafft, sie in einem anderthalb Minuten Clip jetzt mittlerweile schon irgendwo als nicht unsympathisch darzustellen. Das ist schon mal stark. Das ist schon mal eine Leistung. Das muss man dem MDR zugute halten. Das kam gerade ein bisschen cute rüber. Sie spielt ein bisschen, hat ein bisschen Spaß. Ha, hi, hi. Na? Aber bitte gebt ihr keinen Gaming-Preis mehr. Bitte lasst es einfach. Ich mach aktivistische Arbeit, vor allem mit dem Fokus auf Feminismus und jetzt intersektionalen Feminismus. Meine Aufgabe besteht in erster Linie erstmal daraus, darüber aufzuklären und Menschen überhaupt darauf hinzuweisen, dass es das gibt. Das ist ein Deepfake, ja. Seit acht Jahren, jede Woche immer wieder neu definieren und erklären, was Sexismus ist. Dann lass es doch einfach. Aber ich weiß, du hast eine große Bürde, denn die Welt braucht genau dich. Die Welt braucht einfach mehr Shoyokas. Ich mein, wie viel besser wäre die Welt und wie viele Gaming-Preise bräuchte man, wenn es mehr Shoyokas geben würde. Weil jede Shoyoka hat einen Gaming-Preis verdient. Und jeder, der irgendwas dagegen sagt, ist ein dreckiger Sexist und Frauenhasser. Das ist doch ganz klar. Die Welt wäre besser, wenn wir einfach ein bisschen mehr wie Shoyoka wären alle. Die Gamer-Bubble ist einfach komplett durchseucht von rechten... Ja, die ganzen rechten Gamer ist komplett durchseucht. Die rechtsradikalen Gamer. Gut, rechtsradikale hat sie nicht gesagt, aber die rechten Gamer, die bösen, ey. Gott, 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 oh Gott, oh Gott, ey. Aber gut, dass sie uns alle retten wird. Das freut mich doch sehr. Sie wird uns alle retten. Rassistischen, sexistischen, queerfeindlichen, Trollen und anderen Individuen. Einfach nur mal darauf hinzuweisen und zu sagen... Einfach schlechte Menschen. Guck mal. Guck mal, da gibt es was. Latti... Am liebsten spielt Pia Charaktere aus Strategiespielen. CK3 mache ich heute fertig. Uncut. Nein. Doch. Du musst England-Vlog machen. Ja, ich... Nein, wir geben das Wind. Ich dauert das zehn Minuten. Wir geben das Wind und du hast zehn Minuten früher Feierabend. Mein Charakter hat sich basically hochgeschlafen mit Affären. Also das Erste, was authentisch rüberkommt auf jeden Fall. Dass sie sich hochgeschlafen hat mit Affären, um auf diese Zuschauerzahl zu bekommen. Das meinte sie doch, oder? Oder, Chad? Meinte sie das? Dass sie so viele Zuschauer hat, weil sie sich bei ihrem Freund hochgeschlafen hat? In diese Gruppe da rein von Walken-Spintern. Also, da also... Endlich ist immer ehrlich. Also, das hatte ich jetzt nicht erwartet von der Doku, dass sie jetzt hier den Realtalk auspackt. Aber finde ich gut. Finde ich gut, dass sie sich öffnet. Und das ist der erste Schritt auf jeden Fall zur Besserung, finde ich. Also, da mal bitte... Bitte Hashtag Soli für Shoyoka in den Chat, bitte. Das finde ich wirklich toll. Dass sie das jetzt einsieht schon mal. Soli für Shoyoka. Das heißt, wenn sie in die Richtung irgendwas leicht obszönes macht, was von YouTube nicht gebannt wird, haben wir einen wunderschönen passenden Clickbait. Ich arbeite mit Firmen, die sagen, die diese Computerspiele veröffentlichen. Ich habe Werbedeals mit Firmen, die sagen, hey, bitte teste das Spiel im Stream an und gebe Feedback dazu. Und ich bin da sehr offen. Also, ich kann annehmen, was ich möchte. Und nehme vier von fünf Anfragen nicht an, weil ich sage, nee, ist nichts für mich. Weil die zu wenig Geld bringt. Ich kann auch sehr ehrlich Feedback geben, aber letztendlich... Außer das Geld stimmt, dann wahrscheinlich eher unehrlich. Ich werde dich dafür bezahlt. Aber würde ich auch machen, von daher. Alles gut, Shoyoka. Ich würde euch das Blaue vom Himmel verkaufen, wenn ich dafür 100.000 Euro bekäme. Ich würde sagen, ey... Leute, Spilo ist so geil. Ihr gewinnt in Zukunft alles. Setzt einfach all euer Geld auf Rot. Und ich fahre dann weg im Ferrari. Ach, geil. Dass ich Spiele anteste. Und damit bin ich auch irgendwie einfach eine laufende Werbeplattform. Auch wenn... Moin Percy. Ich will das nicht, naja, aber... Seien wir mal ehrlich so. Und deswegen... Ich will es halt nicht schönreden. Ich will es halt einfach so benennen, wie es halt ist. Wir bauen. Pia ist selbstständig. Mittlerweile hat sie Mitarbeitende und ein eigenes Büro in Berlin. Ihr Streaming-Paradies. Ich versuche Menschen dazu zu animieren, sich aktiv an einer Demokratie zu beteiligen. Ähm. Okay. Habt ihr Shoyoka so wahrgenommen, dass die Leute probiert... Also hat ihr Kollege die Kadenten... Ich hätte letztlich noch gesagt, Demokratie ist nicht so geil. Wenn Leute für was anderes sind, dann soll man die Wahlzettel verbrennen. Ist das nicht ihr Kollege? Habe ich da irgendwas falsch mitbekommen? Gehört sie nicht zu der Bubble? Macht sie nicht Leute fertig, die Hogwarts Legacy spielen? Hm. Ah. Wild auf jeden Fall. Wild, 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 Freunde. Und halt auch wieder anzubringen, dass man über Meinungen reden und philosophieren sollte. Dass das nicht automatisch Streiten ist. Demokratie, solange man die wählt, auf dessen Seite ich bin. Das ist ja klar. Logisch, logisch. Die meint das ja nicht wirklich ernst. Also, ne, demokratisch, solange es in eine Richtung geht, ne? Mal davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich auf, äh, wie gesagt, AfD, ich möchte mich nochmal davon distanzieren, bitte diese Partei nicht wählen. Macht sie nicht noch stärker als sie schon sind? Dass man auch als Teil einer Demokratie auch zu Demos gehen kann, Petitionen unterschreiben kann, Abgeordneten schreiben kann, dass das alles ein politischer Prozess ist, ähm, der uns weniger ohnmächtig macht, als wir glauben. In der Hoffnung, damit irgendwas zu tun, weil ich bin jung und glaub noch dran. Ja, mal gucken. Zwischen Livestreams, Drehterminen und Events kümmern Pia und ihr Team sich um die Instandhaltung des Büros. Und dann haben wir vier von Rechargeable Batterien. Oh. Ähm, ich schick, willst du Kendrick ne Sprachnotiz schicken oder soll ich in die Gruppe? Ich schick Kendrick ne Sprachnotiz. Es macht viel mehr Spaß, so vor Ort mit Leuten zu arbeiten und nicht alles nur online zu machen, das ist ein ganz anderes Arbeitsgefühl. Die ersten Monate, jedes Mal, wenn ich hier reingekommen bin, war ich so, oh mein Gott, das ist mein Büro. Ähm, und das war schon krass, weil ich halt schon ganz lange das Gefühl hatte, ich bin Streamerin, das ist einfach nur zu Hause im Wohnzimmer Computerspiele spielen. Das Haarwachs, äh, das Haarspray hab ich auch. Wer kennt das Haarspray da hinten? Legenden Haarspray. Und wenn du dann zu deiner eigenen Arbeit fährst und dann hast du da ein eigenes richtiges Office mit Backoffice und deine Mitarbeitenden hier und Mittagspause und Dreh und alles, dann, das kriegt ein ganz anderes Level. Ähm, aber ich muss sagen, das schönste Gefühl ist nach Hause kommen danach, weil ich das erste Mal in meinem Leben einen Feierabend hab. Ja, so ist das, wenn man hart als Streamerin arbeitet, wirklich hart jobst. Job, sich den ganzen Tag über Rechte lustig machen, also über Rechtsradikale oder über Rechte. Das ist schon, das ist schon anstrengend, ne? Sich ein bisschen über Hogwarts Legacy aufzuregen. Da, da, da freut man sich dann auch, wenn man abends dann mal nach Hause kommt und dann, äh, ja, mal einfach mal abschalten kann und, äh, anstatt auf dem Bildschirm zu gucken, dann auf den Fernseher guckt dann. Also, das, 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 das ist schon wichtig. Ja? Gut so. Richtig anders, anders Denkende reicht schon. Anders Denkende macht's auch fertig. Aber, wenn sie Rechte fertig macht, das ist halt teilweise auch lustig. Sexuelle Belästigung ist ein riesiges Thema, äh, sexuelle Gewalt ist ein riesiges Thema. Das stimmt. Gibt genug Spinner, die Frauen so ein Müll schreiben. Absolut. Ohne, dass sie sofort danach gefragt haben. Mein halber Chat hat das bestimmt schon gemacht. Ihr spatiatischen Schweine hier. Ne? Nein, äh, das ist echt ein ernstes Thema. Darunter leiden viele Frauen tatsächlich, ne? Ach, aber dann blockieren, ne? Die Leute, die ungefragt irgendwelchen Unsinn schicken. Das ist nicht die feine Gentlemanart, Freunde. Da muss man nicht vogue sein, um das zu verstehen, dass das nicht geht. Wenn ich meinen Höhepunkt verzögern möchte, denke ich an Chiyoka. Based. Based. Wir hatten in der deutschen... Based und sexistisch. Das ist die beste... ...Gaming-Branche nie, nie wirklich eine MeToo-Bewegung. Und das, obwohl ich jetzt aus dem Steg greife, wahrscheinlich 30 Namen von Gaming-Influencerinnen nennen könnte, die sexuelle Belästigung oder mehr in der Szene erlebt haben. Aber was ist denn jetzt sexuelle Belästigung für dich? Wenn jetzt irgendein... Also, das ist ja jetzt die springende Frage. Was ist für Chiyoka's sexuelle Belästigung? Wenn irgendein Vollidiot, und es gibt tausende Vollidioten in Deutschland und weltweit, wenn hier so ein Vollidiot schreibt, und in welcher Anzug die Dinge schreibt. Aber das... Läuft das schon unter sexuelle Belästigung? Oder wenn ein Skrill-Rose über die Gamescom geht, und die Kamera ein bisschen zu weit hoch hält, ist das dann schon sexuelle Belästigung? Ne, stimmt. Da meint sie dann ja, das ist Belästigung. Auch wenn sie dann sagt, er hat sie aufgefordert, ihre Möpse zu zeigen. Das ist dann nur Belästigung. Da ist sie auf einmal die Zurückruder-Königin. Hat sie auf einmal so einen breiten Rücken vom ganzen Zurückrudern. Die ganze Bubble. Wirklich, die haben so welche Bullenrücken mittlerweile vom ganzen Zurückrudern. Meine Fresse. Ich kenne nicht mal 30 deutsche Gamerinnen, ja. Dave. Es wird einfach nicht offen drüber geredet, weil die Gaming-Szene unfassbar toxisch ist. Wenn du anfängst, öffentlich über Trauma zu sprechen, dann zwingt dich das Internet dazu, das immer wieder zu durchleben. Wir haben jetzt mit Deepfake ganz viel auch zu kämpfen. Das heißt einfach, Gesichter von Influencerinnen werden zum Beispiel auf den Körper von einer Pornodarstellerin gepackt. Und dann sieht das halt aus, als wäre sie halt... Irgendwelche Vollidioten, die das machen. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Echt scheiße. Das ist ein Nachteil, wenn man, ähm, wenn man, äh, Personen in der Öffentlichkeit ist. Auf jeden Fall. Weil es immer irgendwelche Vollspasten gibt. Na? Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, wenn irgendwer meinen Kopf auf einen, äh, spadiatischen Sixpack bepackten Körper tun würde. Bitte. Bitte macht das nicht. Nein, nein, Spaß. Das ist jetzt natürlich weit hergeholt, aber wenn man das mit Frauen macht, äh, und es dann auch noch irgendwie aussieht, als wenn es echt wäre, und die dann verschickt, das geht natürlich gar nicht. Na, jetzt mal Real Talk. Das, äh... Äh, das sind Schweine. Das würde ich dir abkaufen. Na, da bin ich mir sicher. Nackt, und dann schreiben 300 Leute, beschreiben halt darunter, wie sie dazu masturbieren. Ich kann es nicht verhindern. Ich könnte literally einen Kartoffelsack tragen. Ach, Reddit. Die Reddit-Leute. Und Leute würden einfach mein Gesicht nehmen und auf eine nackte Frau photoshoppen und würden genauso weitermachen wie davor. Menschen übernehmen da Macht über mich als Mensch, über meine... Übernehmen Macht über dich? Ähm... Bitte fühl das weiter aus, Shojoka. ...personen über meinen Körper gegen meinen Willen. Übernehmen Macht über deinen Körper. Ah, okay. Das ist jetzt... Boah, ein bisschen dramatisch ausgedrückt. Was seid ihr dazu, Chat? Nur weil man ein Foto von einer Person hat und da ein bisschen rumfotoshoppt, hat man dann Macht über den Körper? Oder ist es ein bisschen überdramatisiert, Freunde? Was sagt er dazu? Eins, äh... Ich habe die Macht! und zwei ist, äh... Ja, ist halt scheiße, dass er dann so einen Unsinn damit macht und, äh... Das sollte auch bestraft werden. Also, bestraft werden sollte es sowieso, ist klar, aber... Ja, zwei, ne? Würde ich jetzt auch so einordnen, to be honest. Weil, Macht wirklich über deinen Körper... Man könnte vielleicht Macht über die Psyche sagen, ne? Weil man den ja damit bestechen kann, im Prinzip. Theoretisch. Aber Macht über den Körper ist ein bisschen überdramatisiert. Tut sie so, als würde ich hier mit einer Voodoo-Puppe sitzen und Shoyoka ertrinken. Und zwingen mir da quasi irgendwie ihre Fantasien auf. Und ich habe da auch das Gefühl von den Nachrichten, die ich diesbezüglich bekommen habe, dass das ganz viel Machtspielchen sind. Also, dass es wirklich darum geht, dass Männer, für die ich unerreichbar bin, versucht haben, Macht über mich zu bekommen, in dem sie etwas nutzen, was mir unfassbar unangenehm und peinlich ist und wo ich mich verletzlich fühle, um in irgendeiner Weise Kontrolle über mich übernehmen zu können. Ey, das ist ein interessanter Take. Also, kann so sein, dass es ist, aber kann halt so sein, dass es auch einfach nur absolute Vollidioten sind, die gerade geil sind und sich dabei geil fühlen und sich feiern darauf. Aber dass sie da jetzt speziell Macht über dich übernehmen, übernehmen wollen und das geht wieder in so Richtung Patriarchat und alle Frauen werden unterdrückt und Männer wollen alle eigentlich insgeheim nur die ganze Macht und Weltherrschaft haben und Frauen unterordnen. Das ist schon wieder ein Take, der, ja, könnte man differenzierter betrachten auf jeden Fall. Das kann schon ein echt krasses Gefühl von Ohmacht auslösen. Es gibt auch von mir Revenge-Porn im Internet, bei dem ich halt minderjährig bin. Ich bin der 16 und das ist auch eingestuft als kinderpornografischer Inhalt. Ich habe das mittlerweile viermal angezeigt. Das erste Mal mit 17, das letzte Mal mit 21. Jetzt bin ich 25. Ich habe noch nie einen Rückruf von der Polizei bekommen. Das ist immer noch im Raum. Es gibt keine Verurteilung, es gibt keine Konsequenzen. Es ist confirmed. Nicht mal die Polizei hat Bock auf Shoyoka. Nein, Spaß. Das ist natürlich ein ernstes Thema, wie gesagt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass so eine junge Frau da natürlich sehr darunter leidet, wenn dann dementsprechend, ja, Dinge von ihr rumgeschickt werden. Da macht man, wenn man ein junges Fehler, dann schickt man vielleicht als Frau so welche Dinge rum. Man denkt sich, man weiß es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nicht besser. Und ja, das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn sie dann keine Unterstützung von der Polizei enthält. Aber oftmals ist der Polizei in so welchen Sachen dann auch einfach die Hände gebunden. Die haben ja auch nur technisch begrenzte Mittel, sage ich mal so. Die meisten Polizisten wissen doch nicht mal, wie sie irgendwas finden. Ein bisschen Polizisten-Bashing jetzt hier an der Stelle. Also das kann ich absolut davon sehen, dass sie das belastet. Würde es mich persönlich auch. Menschen, da passiert einfach gar nichts. Im Internet, wo alles anonym ist, kriegt man ganz viel Ekelhaftes mit. Ja. Und dann hast du so ein Gespräch mit einer Person im realen Leben, die dir sagt, boah, das hatte für einen Impact quasi für mich. Das ist ja sympathisch, danke für den Fondant. Vom Gefühl her. Inzwischen wird Pia oft auf der Straße angesprochen. Menschen fahren stundenlang zu großen Gaming-Messen, nur um sie zu treffen. Fast ein abendsinniges Leben. Stell dir mal vor, ungefähr stundenlang, um Shoyoka zu treffen. Huh! Da muss einiges falsch gelaufen sein, Freunde. Ich hatte jetzt auch ein ganz großes Community-Treffen auf der Gamescom, wo ich wirklich das erste Mal auch so ein Signing gemacht habe mit, okay, ihr könnt vorbeikommen und wir machen Fotos. Und ich hatte echt Angst, dass niemand kommt. Und letztendlich haben wir... Hätte ich auch an deiner Stelle. ... dann halt komplett überzogen. So zweieinhalb Stunden ist diese Schlange nicht abgeebbt von Leuten. Es waren einfach hunderte Menschen da, die Fotos mit mir machen wollten, mit mir quatschen wollten. Also es war super krass. Das war etwas, das kam... Also ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet, weil man dann plötzlich die ganzen Gesichter sieht von den Personen und da richtige Menschen einfach dahinter sind. Weil im Internet vergisst man das manchmal, dass diese Zahlen ja wirklich alle Personen sind, die da vor ihrem Bildschirm sitzen. Wann machen wir spartanischen Abo-Treff, Freunde? Schreibt es in den Chat, schreibt es in die Kommentare. Wann geht was an? Treffen wir uns, sie wohnt in Spandau. Treffen wir uns da. Und damit wir uns erkennen, wir Spartaner zu Spartaner, wir wissen ja nicht, wie wir aussehen, nehmen wir am besten als Erkennungszeichen Fackeln und Missgabeln mit. Und dann gehen wir da mal spazieren ein bisschen in Spandau. Und dann so auf, 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 äh, ja. Auf, lustig. Alle tragen eine Maske, genau, genau, perfekt. So stelle ich mir das vor. Vollkommen verrückt. Mindestens 300, ja. Geil. Jo Leute, ich bin live vier Stunden zu spät, aber ich habe es angekündigt. Wie ihr seht, haben wir jetzt einen Greenscreen. Das ist mega krass. Ich bin im Büro und es wirkt fast professionell, fast wie ein eingerichtetes Studio. Mein Stream ist live, hier ist der Link, kennt ihr eh. Und wir spielen Crusader Kings 3 weiter mit dem Spielstand von gestern. Ich hoffe, die Steam Cloud macht das mit, weil ich ja gestern zu Hause war. Bis gleich. Hallo Menschen. Wie lief es mit dem Sender heute? Mit dem Sender lief es sehr gut. Der ist auch noch da, der Sender. Der stalkt euch ein bisschen. Da sieht man den Sender. Der ist immer nur da. Und deswegen bin ich heute auch ein bisschen später da. Also ich habe es ja auch erzählt, dass der MDR mich heute ein bisschen durch meinen Alltag begleitet hat. Und ich war mir noch nicht sicher, ob ich schon erzählen darf, worum es geht. Deswegen halte ich erst mal noch mein Maul. Ihr kriegt es dann mit. Ich poste euch eh und sage euch Bescheid, wenn es dann da ist. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen später da. Ja, und morgen ist fucking Dingsda-Boomster, DCP, ne? DCP, Deutscher Computerspielpreis. Morgen kannst du dir deinen Preis abholen. Sagen wir mal, ich bin morgen mit dabei und freue mich auf das Event. Da hatte sie natürlich noch keine Ahnung, dass sie den Preis gewinnt. Das ist ja, also... Da hatte sie noch keinen Plan. Also, Gamerin des Jahres, Shoyoka. Aber, ähm, ich habe krasse Konkurrenz dieses Mal. Auf jeden Fall bei der Nominierung wieder. Krasse Konkurrenz und sie hat sich trotzdem durchgesetzt. Das muss das für die Gamerin sein. Wow. Komm, den DCP streamen. Klar, ich stream den DCP, während ich beim DCP bin. Tschüss, kommt gut in den Feierabend. So, Leute, wir sind wieder unter uns. Jetzt können wir wieder asozial sein. Oh, geil. Endlich wieder sie selbst sein. Und Gaming ist Pia als Spielerin des Jahres nominiert. Bei der wichtigsten Preisverleihung der deutschen Games-Branche. Freund Kalle begleitet sie. Ich hatte mich mal einen engen Abi bei. Oh. Also, die sind ja nicht mehr zusammen, aber ich fand das irgendwie schon süß, dass sie mit ihm zusammen ist. Weil er ist ja schon so ein Knuddelbärchen, oder? Er sieht schon echt lieb aus. Jo. Super. Cute. Danke, Malte, für den Follow. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen mehr Ausgleich und ein bisschen mehr Balance brauche. Weil ich meine, ich habe ja schon immer auch gesellschaftliches gemacht. Aber gerade das letzte halbe Jahr war schon sehr, sehr viel. Und ich plane jetzt nicht damit aufzuhören. Aber ein bisschen mehr auch andere Dinge zu machen. Ein bisschen mehr durchatmen dazwischen. Man kann nicht allein die Welt retten. Auch andere Dinge machen. Ein bisschen rumhetzen. Dumme Takes bringen. Der Tag ist lang. Ich glaube nicht. Der Plan sein. Beantworte ich gleich KingConnect, ja? In Berlin trifft sich die Crème de la Crème der Szene. 800.000 Euro werden in 15 Kategorien vergeben. Das soll der deutschen Games-Branche bei neuen Entwicklungen helfen. Wenn ihr Frauencharaktere in der Gaming-Welt haben wollt, die nicht nur für das Männerideal attraktiv und schön und nice sind, dann lasst diese Charaktere nicht von Männern schreiben. Was? Warum denn nicht? Es gibt gute männliche Autoren und gute weibliche Autoren. Es gibt super Männer, die super weibliche Charaktere schreiben und Frauen, die komplett beschissene weibliche Charaktere schreiben. Das sieht man derzeit an Disney. Meine Gute. Mit dem Thema brauchst du mir gar nicht ankommen. Ja, mit Storytelling kenne ich mich aus. Aber das ist doch vollkommen vom Geschlecht losgelöst. Tut sie jetzt hier so, als könnten nur Frauen Frauen schreiben. Quatsch. Absoluter Unsinn. Wir sind seit über 10 Jahren in der Branche, haben bei großen Unternehmen gearbeitet, haben viel gesehen. Und auch tolle Unternehmen. Aber ich glaube, es gab schon so den Drang, Dinge ein bisschen zu verändern und mitzugestalten. Lea Schönfelder und Franziska Zeiner haben das Studio Fine Games gegründet. Sie stellen ihr Spiel Finding Hannah auf der Spielemesse Amaze vor. Ihr Ziel, Spiele von Frauen für Frauen. Der Grund, warum wir ja auch diese Spiele mit der weiblichen Perspektive machen, ist, weil wir glauben, dass der Markt nicht bedient wird. Es gibt da so eine unglaubliche Diskrepanz zwischen 50 Prozent der spielenden sind Frauen, aber nur 20 bis 30 Prozent der Entwickler sind Frauen. Das ist eine Diskrepanz oder was? Das ist wahrscheinlich einfach deshalb, weil sich im Schnitt eher Männer für Spiele interessieren und im Schnitt deshalb eher Männer diesen Beruf lernen als Grafikdesigner. Weil es vielleicht auch ein bisschen als Nerdy angesehen ist und deshalb sind halt wahrscheinlich mehr Männer in dem Beruf. Also weiß ich nicht, warum da jetzt so eine Diskrepanz so schlimm ist. Verstehe ich jetzt nicht. Was da das Problem sein soll. Aber gut, das ist natürlich wieder schwierig und problematisch wie alles. Wir wissen es ja, in der Bubble ist immer alles schwierig und problematisch und kompliziert. Ich glaube, es ist total wichtig, dass die Leute, die die Spiele entwickeln, eben die Gesellschaft repräsentieren. So ein bisschen, als würden alle Bücher nur von Männern für Männer geschrieben werden. Und also das kann es doch nicht sein. Hä? Wie, als würden alle Bücher von Männern für Männer geschrieben werden? Es gibt doch auch Frauen, die Autoren sind. Guck dir J.K. Rowling an. Ach, aber, das stimmt ja. Die ist ja transfeindlich, die zählt ja nicht an. Ach, stimmt. Ah, sorry. Ein Fehler. Hogwarts Legacy und so. Also, da, die Wunde wollte ich nicht aufmachen. Die Branche ist vielleicht auch so ein bisschen, sie reagiert, ne? Es ist nicht so eine Branche, die einfach immer weiter in ihren alten Strukturen vor sich hin werkelt, sondern es passiert langsam, aber es passiert was. Ich bekomme auch Blutdruck, Leute. Einen wunderschönen guten Abend! Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Computer Spielpreis! Scho, jo, gah! Für den besten Spieler oder die beste Spielerin des Jahres. Damit begann alles, es war so herrlich. 20, 23 verleihen. Wenn ich jetzt hier stehen würde und Deutschlands Fußballer oder Fußballerin des Jahres küren würde, dann wären alle so, oh, und ah, 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 ah. Aber... Hast ne dämliche Anmeldung. Leute, wie viele Menschen spielen regelmäßig in Deutschland Fußball? Laut Umfragen circa drei bis vier Millionen. Und wie viele Menschen gibt es, die regelmäßig zocken? 48 Millionen. Und wie viele Leute davon haben es verdient, einen Preis zu gewinnen? Sicherlich viele, aber nicht Schojoka. Der deutsche Computerspielpreis 2023 in der Klinge. Bullshit, Bingo, ja. Spieler, Spielerin des Jahres. Geht an... Genau. Schojoka wäre auch fast ohne Grund Fußballerin des Jahres geworden. Sie hat noch nie Fußball gespielt, aber sie ist eine Frau, sie verdient den Preis. Ist doch klar. Und wenn man sie dann dafür kritisiert, ey, du hast noch nie Fußball gespielt, dann ist man natürlich ein Frauenhasser. Es ist ja klar eigentlich. Schojoka! Geil! Gott. Wenn die gewusst hätte, was da auf sie zukommt, die wäre einfach sitzen geblieben und hätte so gemacht. Nee, nee. Ich brauche den Preis nicht. Undotiert. Die Aufmerksamkeit ist für ihr Engagement aber umso wichtiger. Ich hoffe, ihr habt die Aufmerksamkeit genutzt. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht sehr aufgeregt. Normalerweise sehe ich Menschen nicht so live vor mir, sondern vor der Kamera. Da ist es ein bisschen weniger gruselig. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Dann wollte ich sagen, ihr seid eigentlich alle echt hässlich, meine Zuschauer. Also es ist schon ganz gut, dass wir normalerweise Distanz haben. Ihr seid so, wenn ich euch jetzt so sehe, so live. Also es ist schon gruselig. Den Preis bekommen zu haben. Und ich kann eigentlich nur den Appell mitgeben, wir als Content schaffende Personen... Ich komme aus Absurdistan. Sag mal. Und insbesondere ist Content CreatorInnen, Content Creator. Wir haben so viele Menschen, die uns zuschauen. So viele Menschen, die wir tagtäglich erreichen. Und ich glaube, wenn jeder von uns versucht, ein bisschen was in der Welt zu verändern, dann kann das gigantisch sein. Deswegen an meine lieben Kollegen und Kolleginnen da draußen. Versucht was zu machen. Ihr habt so viel Publikum. Nutzt es. Nutzt es sinnvoll. Bitte. Für mich ist es insofern... Oh, dramatische Musik wieder. Es gibt explizit wegen meiner Gesellschaft... Schoyoko und dramatische Musik, das passt einfach nicht. ...wege meine Reichweite oder dem Zocken. Ich kann nur hoffen, dass andere Content Creator in der Szene auch dadurch den Mut fassen, irgendein Thema zu finden, für das die brennen und sich trauen, was zu sagen. Weil dann können wir, glaube ich, richtig, richtig viel erreichen damit. Genau. Dreh dich nochmal zur Kamera. Dramatischer. Es war ein perfekter Unfall, diese Doku. Ach, es war toll. So, für alle Leute auf YouTube, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schaut bei meinem Mangel vorbei. Denkt daran, den Daumen nach oben zu geben und zu kommentieren. Und tschüss mit Küsten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017